Hallo und herzlich willkommen zu ARMA 3 King of Hill. Ich secure gerade so ein bisschen Haus. Einen Spieler habe ich schon getötet. Der ist genau neben mir gelandet mit seinem Fall schon. Das war so ein kleines Problem für ihn, nicht für mich. Ich höre hier laufend jemanden den Feuer-Modus wechseln. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung wo der ist. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt über mir ist. Nee, überraschen wir nicht. Wir halten das Gebiet hier ganz gut. Und das hat auch noch einen Vorsprung. Gefährt, was ist es wieder einer von uns? Die da oben drauf. Unsere sind oben drauf. Die Action scheint da vorne zu gehen. Ich bin auf einem Hardcore-Server. Das ist ganz gut. Kein Cert-Person? Nee. Selber nicht ausprobiert, weil ich erst gar nicht auf dem Cert-Person-Server wollte. Jetzt bewege ich dich nochmal aus der Tür. So. Können wir mal aufstehen vielleicht? Geschmeidige 30 FPS hier. Oh, hier hat es einer gefallen von uns. Scheint was los zu sein. Genau links neben mir. Das ist was rotes oben drin. Das ist der, der gerade gestorben ist von uns. Die Waffe habe ich vom Toten aufgehoben. Das ist meine allererste Runde. King of Fields. Und... Ja. Gucken wir mal. Ich will hier mal links einschießen. Oh, ich werde, glaube ich, beschossen. Oh, und wie. Der blaue Punkt ist aus dem Haus raus. Fick dich. Junge. So nicht. Komm, mir geht es aber sauschlecht. He is at the right side. Ja, komm, Junge. Du behandle den. Hier ist schon wieder ein Fahrzeug. Okay, das sind welche von uns. Ich würde gerne aufstehen, danke. Wir können ja mal den Chat ändern. Ich kann, glaube ich, nee, ich kann, ich kann den Feuermodus gar nicht wechseln hier. Jetzt habe ich aber F, habe ich jetzt die Granate eingestellt. Ich hoffe nicht, aber wenn du, glaube ich, was, was ist mit dem Visier los? Das ist total schwammig. Weißer auch nicht, warum. Der die Typen hier reingeschossen. Sieht echt komisch aus. So, wir fühlen ganz gut. Ah, ich weiß jetzt noch nicht gerade, wie viele Punkte wir brauchen. Aber auf jeden Fall 72. Wir sind, wir sind mittlerweile auch echt viele Spieler geworden. Vorher war blau noch so ein bisschen in der Unterzahl. Deswegen bin ich blau gejaint. Was mir halt nicht ganz gut gefällt, ist, dass ich halt... ...schneiden als der Waffenmodus geht, ne? Oh, was war das denn? Au! Schmeißt einer mit Granaten! Los, Türe öffnen. Oh, oh. Ist der mit im Haus? Ne, ist kein... ...Obergeschoss. Ne? Krass! Ne Mine ausgelöst und nicht draufgegangen. Das ist schon mal sehr gut. So, wir haben ein bisschen live dazu. Aber kann ich das Ding nutzen eigentlich? Ach, ne. Ja, ich habe eine scheiß Waffe. Das ist nicht so... ...duh, vor allem so ein bescheuertes Visier. Ist da immer noch einer? Und wo ist der? Das Ding ist dagegen. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Das ist ja Tum. Ist doch unter Kontrolle. Er muss ja hier irgendwo sein. Boah, ich sehe fast nur noch blauer hier in dem Rahmen, ne? Oh, da ist ein... Okay. Warte, da ist noch einer. Ich werde immer noch geschossen. Da ist ein Helium. Da springt einer raus. Warum kann ich nicht so hochziehen? Das sind immer noch welche. Jetzt will ich mich verarschen. Na, ich würde gerne wieder eine Vollautomatik nehmen. Mal her hier. Oh, 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 oh. Da werden wir aber hart beschossen. Oh, shit. Pick me up, bro. Pick me up. What the fuck? Nein. Alter, wo war der? Ich bin gespannt, ob wir jetzt aufgehoben werden. Also, ich sehe, dass einer auf jeden Fall in diesem Melande dran ist. Aber an mir noch nicht. Jetzt kommt einer zu mir abgelaufen. Jetzt aufhört mich auf. Eigentlich müsste ich... müsste ich respawnen. Das ist mir nicht zugefallen. Da bin ich aufgehoben, hoffe ich mal. Jawohl. Er wird aber auch hart unter Beschuss genommen. Oh, oh, oh. Okay, sollen wir jetzt aufgeben oder nicht? Ich bin mir da sehr unschlüssig, ob wir das jetzt so machen oder nicht. Oh, wir verlieren. Okay, ähm. Bro, ich sehe ich respawn. Ach, respawn noch einfach. Das ist doch... Boah, scherz. Ich werde dich nicht sehen. Oh, nee. Komm schon. Okay. So, ich kann mir eine Waffe wieder sehen. So, dann mal wieder zurück. Ins Gefechtsgeschehen. Level 2 sind wir schon. Ich weiß gar nicht, mit welchem Level wir hier starten. Ich denke nicht mit 0. Oh, das war aber ein D-Sing. Junge, Junge. Oh, rot hat sich jetzt eingenommen. Ich kann den Kanal gar nicht wechseln gerade. Ja, doch. Oh, let's come kick some asses. Was macht der jetzt hier? What the fuck? Was machen die hier, Alter? Ach, der Schwäne. Mal, einfach mal kurz. Oh, ist das scheiße dick laut. Kurz ein bisschen leise. Oh, Alter. Das ist aber... Ui. Der fliegt gut, der Mann. So, wir gucken mal wieder. Ich will da... Feuer rausbegeben. Wenn ich schon mal so ein bisschen die Richtung weiß. Oh, mein, der Robi jetzt nicht zu landen, hoffe ich mal. Sondern fliegt hoch genug zum Abspringen. Das ist ein bisschen weit, ne? Zum Laufen. 1,7 Kilometer. So, am besten... Wie denkst du jetzt runter, oder... Alter, fliegt nicht rein. Was macht der jetzt? Haben wir hier Außensicht? Äh... Was macht der jetzt? Landet. Alles klar. Ja, landet. So, und... Oh Gott, das ist Ding geschrottet, ey. Ich hoffe, es geht jetzt nicht gleich hoch. Ja, warum das GPS nicht funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall mal das Spiel jetzt wieder ein bisschen... äh, lauter machen. Das habe ich jetzt nicht übernommen. Korko, okay. Was geht da denn jetzt ab? Warum funktioniert? Ah, jetzt. Alles klar, okay. Hier sind aber ganz schön verstreut. Ich renne gerade alle. Oh, leckt das jetzt gerade so. Schmeidige 20 FPS gerade. Das leckt so ein bisschen behindert rum, gerade. Entschuldigung, dafür. Oh, das... Boah, sind das Drops, ey. Ich war hart am Arsch. Konfigurieren. Grafik. Texturen hoch. Aber standard. Ja, aber standard. 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 Gelände. Standard. Ich glaube, ich habe geschossen. Ist jetzt aber nicht so cool, Junge. Äh, ein bisschen hat es was gebracht, aber es... Leckt immer noch. Boah, wie es leckt. Alter Schwede, ey. Oh, tut sie dies. Aber warum tut sich das? Ist der jetzt hier da gestartet? Äh, das Schrie liegt hier rechts von mir. Jetzt nicht mehr. Ist ja hier, ey. Naja, ich bin drin, ne? Aber... Hier einer hat tot gerade gelag. Da muss von den Gegnern auch einer da sein. Die Straße crossen ist immer echt gefährlich. Okay, wir müssen Autopüter ein bisschen runterdrehen. Das ist ein bisschen krass laut gerade. Level 3. Level 3. Jawohl. Guck mal hier ins Haus rein. Soll ich jetzt nicht wieder eine Mine oder sowas machen? Aber das ist ein super Haus. Ein, ein und ein Ausgang. Okay, wo ist der drinne dann? Wisst ihr, wo der Beschuss herkam? Und wenn du kannst, halte dich nur in Häusern. Eine Waffe im Herbst, sag mir jetzt, dann gebe ich mir meine Pistole. Das ist das erste, was du dir kaufen solltest. Absprung 2. Das ist mal eine Granate. Ich weiß nicht, ob sie mich nicht hören können. Das ist der nächste Absprung. Tschüss. Ich weiß nicht, was ich habe mit dem Herbst. Ja, ein Herbst, wie Alarm, nicht in deinem Schuss. Nein, ich lebe hier. Ich lege das hier auf dem Boden. Ich habe mich hochgef. Ich lege ich nicht ausgewöchentlichmutige. Also, noch etwas. Finde ich ganz gut, wie sich der so ein bisschen kümmer, dass der wieder eine Waffe kriegt. Finde ich echt cool. Ja, da geht nicht. nicht ich leute und bekommt der beschuss das auto snackt vom heli schon wieder schütze vor mir ich könnte dich behandeln wir haben und Ich hab wieder eine Niedergehe Naja, das macht man eigentlich nicht von euren eigenen Redet mal bitte nicht hingehen Redet mal bitte nicht hingehen Auf was für ein Kanal spricht Auf was für ein Kanal spricht Auf was für ein Kanal spricht Richtig Hier Okay, hilf an den Gruppenkanal Da ist ein Heli wieder, ist aber einer von uns Vorher ist einer Und wo kommen die Schüsse? Bis zum Fick Wow Wow What the fuck, von woher kommen die Schüsse, Alter? Ach, von Jocker Mann, die Stats sind echt nicht gut Ich hab keine Ahnung, wer die Schüsse bekommen sind Das ist echt kacke, ey Okay, es geht weiter Oh 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 Fast eine Bruchlandung Ich hab keine Ahnung, wer die Schüsse gekommen sind Und 221515 Okay Oh 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 Wir fliegen aber tief Alter, wir werden sowieso gleich rausgeschossen, wenn du jetzt hier landest Oh Shit Was macht der? Was macht der? Ohne Witz, was machst du? Oh Jetzt geh doch runter Oh 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 Gott, Oh Gott Ja Genau Jetzt genau Hier runtergehen Jetzt mich verarschen, Alter Oh Okay, Ton wieder ein bisschen höher machen. Audio. Mann! Die grünen sind. Ich bin bei der Brake. Gott, du siehst doch heute ja gut aus, Junge. Ich habe eine Hand an der Stelle. Vielleicht für Geschosse rot, ey. Wow! Das war jetzt aber sehr nah bei uns. Ich habe mal nichts getötet. Ich sehe aber nichts hier. Muss ich ehrlich sagen. Ich gucke mal nach hier drüben. Ich sehe nichts die Straße kreuzt. Oh oh. Tretenmine. Noch einer. Feuer-Modus wurde gewechselt. Feuer-Modus wurde gewechselt. Wenn man nicht von uns ist. Jetzt hier aber rum zu pimmeln alleine, bringt mir absolut nichts. Ich werde euch mal früher drauf kommen sollen zu gehen. Das ist unser, ja? Wurde schon wieder der Feuer-Modus gewechselt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der hat auf mich geschossen, würde ich sagen. I'm down. Ja. Das liegt auf jeden Fall nicht an unsere Hand. Das Bier. Alter, ich bin so angespannt, ne? Guck mal, welche von uns. Das ist ein Abschrauber von uns. Da laden welche von uns. Da ladet der nächste. Oh, das war zu schnell, würde ich besorgen. Woher runtergegangen ist? Oh Gott, wir werden hart unter Beschuss genommen. Alter, die Schüsse scheinen von ganz weit weg zu kommen. Oh, die kommt von ganz hinten. What the fuck? Oh, ne Witz. Ah, das ist Luki. Ha. Da landet ein Heli. Weil die auch weiter hingehen sollten. Sollten sie langsam mal wieder einholen, Leute. Oh. Monsterleck des Todes. Schon wieder. Na. Warum nehmen wir die Zonen eigentlich überhaupt nicht mehr ein? Hey. Bäh. Ich denke aber, die sind wieder auf dem Turm drauf. Ich habe mich nicht alles täuscht. Boah, jetzt hat er mal auf zu lecken, ey. Der Heli ist auf jeden Fall in die Richtung runtergegangen. Das heißt, sie müssen ja auch in der Richtung dann irgendwo sein. Das war keiner von uns. Scheiße, zu spät reagieren. Wo muss der jetzt hin? Klar, das ist immer gut, in die Richtung zu gehen. Da wundere ich mich aber gerade, dass der, der da aussieht, Oh, da war er. So, hier hinter das Haus. Ich kreuzte jetzt noch die Straße, um an die Mauer zu kommen. Oh Gott. Granate. Das Haus gerade zerstört. Kommt doch rein, Junge. Granate. Der ist, glaube ich, noch links von mir. Da scheint er draußen zu sein. Ich glaube nicht, dass er sieht, dass er mich getroffen hat. Jetzt weiß er so ein Stück weit. Scheiße. Mann ey, ich hätte ja revived, aber ich mein mal, ich wusste, dass da noch mehr sind, was soll ich da machen, alter. Ich muss unbedingt gucken, wie ich den, den Feuermodus aufschreibe, hier ist es auch da, ach komm, alter, ohne schön reden zu wollen, aber die ficken uns gerade hart im Arsch ey, ey, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. So, oh, hier ist es ja mal richtig ruhig. So, Steuerung, Feuerbefehl, Nachladen, Waffen, äh, Feuermodus, heißt das nicht so? Links von mehr, Maustaste, Nachladen, vorige Waffe, Geschütz, Feuer, Feuerwaffe wechseln. Feuerwaffe, das heißt ja wahrscheinlich, ja. Waffe heben, Waffe senken, werfen. Ha, ich nicht da. Aber, erscheint, da deckt die erste Runde, die ich hier in meinem Leben in ihrem Spiel, King of Fields, äh, auch gleich gewonnen haben. Ähm, bin zwar, wurde von der Deutsche getötet, what the fuck, alter. Äh, ich probiere noch, reinzukommen. Es war einfach, abspringen! Whee! What the fuck, Fallschirm, geh auf! Warum ging denn der Fallschirm jetzt nicht auf? Alter. Oh, Witz, ne? Achtung, ich war, ich war unter der Feuer, ja. Aber, keine Ahnung, warum der Fallschirm jetzt nicht aufging. War der Heli vielleicht zu schnell oder so? Keine Ahnung. Erstmal Suizid begangen, wie so ein Behindertal hier. Ja, komm. Das war aber noch mal kurz. Oh, Scheiß. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was macht ihr da? Victory! Gebunden! So, dann, danke, bis zum nächsten Mal. Also, dann, dreamt ihr,amba Mal. Ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Du sagst, wie ich dich. Wie auch immer, ich bin ja, Gott. Bis zum nächsten Mal. Aban